AFL ist weltweit führend als Anbieter von Glasfaserkabeln und Zubehör, Spezialprodukten sowie technischen Dienstleistungen für die Energieversorgungsindustrie. Mit Sitz in Deutschland sind wir stolz darauf, einer der europäischen Standorte zu sein. Im Herzen Europas gelegen ist Mönchengladbach bekannt für erstklassigen Fußball, interessante Architektur, und weltbekannte Kabelproduktion. Guten Tag und herzlich willkommen bei der AFL in Mönchengladbach. Mein Name ist Markus Philipp und ich bin Geschäftsführer des deutschen Standorts der AFL. Wir möchten Sie einladen, uns auf einem Rundgang durch unser Unternehmen zu begleiten. Auf Basis von Glasfasertechnologie bietet AFL Deutschland Produkte für die Energieversorgung und den Industriesektor an. Wir beliefern unsere Kunden in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten sowie Afrika. Vom arktischen Klima in Skandinavien bis hin zu den Wüsten Afrikas und des Mittleren Ostens. Basierend auf der Stahlröhrchentechnologie bietet AFL ein weites Spektrum an metallischen Glasfaserluftkabeln an. Dies umfasst verschiedenste Stahlröhrchendesigns und Faserkombinationen. Verbindungsmuffen und Auskoppeleinheiten kompletieren unser Portfolio. Unser Unternehmen verfügt über eine weitreichende Historie und profitiert von über 40 Jahren Erfahrung auf diesem Fachgebiet. Unsere Produktion deckt die gesamte Fertigungstiefe ab und ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität, um auch anspruchsvollste Spezifikationen zu erfüllen. Die optischen Elemente sind das Herzstück unserer Produkte. Wir bieten optimierte Stahlröhrchenkonstruktionen für jede Anwendung an. Gemäß den Anforderungen unserer Kunden produzieren wir durchgängige Röhrchenlängen von bis zu 50 Kilometern bei einer Jahreskapazität von 13.000 Stahlrohrkilometern. Die Armierung ist der letzte Fertigungsschritt in der Herstellung metallischer Kabel. Bei einer jährlichen Verseilkapazität von 10.000 Kabelkilometern liefern wir kundenspezifische Konstruktionen mit bis zu fünf Armierlagen. Unsere Kabel werden nach höchsten Qualitätsstandards produziert und getestet. Darüber hinaus bieten wir unseren Kunden Werksabnahmen und Typprüfungen an. Nach abgeschlossener Qualitätsprüfung werden unsere Kabel kommissioniert und weltweit in über 100 Länder geliefert. AFL verbindet Erfahrung, Kompetenz und Innovation. Um unsere Kunden bestmöglich zu unterstützen, entwickeln wir als zuverlässiger Partner spezifische Lösungen auf der Basis modernster Fasertechnologie. Eine dieser Entwicklungen ist ein OPGW für die mit 230 Metern höchsten Freileitungsmasten Europas. Für einen 3,4 Kilometer breiten Fjord in Norwegen wurde ein extrem starkes Kabel entwickelt. Dieses OPGW ist mit 17 Tonnen das schwerste je in Mönchengladbach gefertigte Luftkabel. Wir bieten eine Vielzahl optischer Elemente für Seekabel an und realisieren Einzellängen bis zu 30 Kilometern mit hohen Faserzahlen. Gemeinsam arbeiten wir daran, Netzwerke zu ermöglichen. Wir unterstützen unsere Kunden, die Welt zu verbinden. Schritt für Schritt, Tag für Tag. Um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. iu- Vielen Dank.